Wir sind nämlich noch nicht ganz fertig mit dem Dach, das ist nämlich gerade eingefallen, aber dazu müssen wir jetzt nochmal, ja nicht, weil es Glas fehlt auch noch, funktioniert das noch? Ja, funktioniert nicht, so, wir sind noch nicht ganz fertig, und zwar natürlich hier fehlt noch ein Dach, aber wir müssen jetzt erstmal die Höhe abschätzen. So, dann das Dach quasi draus, wir müssen jetzt erst mal eine Hilfslinie machen, gut, und da dann auch. So. Fail. das gleiche dann hier ja genau so wir brauchen glas glas ja glas brauchen wir auch wir brauchen holz 36 holz reichen dann doch nicht haben wir dann noch irgendwo holz ich will jetzt nicht unbedingt wieder holz holen wir brauchen sowieso holz die zäune können wir brauchen das hier noch irgendwo holz ja dann müssen wir wieder holz hacken hilft nichts das hilft alles nichts jetzt müssen wir wieder holz hacken gehen jetzt habe ich eier eingesammelt ihr könnt euch behalten so wir müssen wieder dahinter ja das hilft alles nichts naja hilft nichts was ist denn das ja ich spiele immer noch auf 1.4.7 das wird auch jetzt zu bleiben updaten werde ich dann erst wenn ja wenn es wieder losgeht also noch folge 300 also bei 301 dann ich habe jetzt auch eine neue playlist erstellen müssen denn in einer playlist passt nur 200 videos das habe ich auch noch nicht gewusst waren wir da schon drin oder ich glaube aber nicht dass wir da schon drin waren es ist mir jetzt aber auch egal sind sie überhaupt eisen show ja gut ich will jetzt dieses kleine dach noch fertig kriegen dazu brauchen wir halt leider ja ich denke 2 steaks 2 steaks mindestens ja ich sammle jetzt einfach zwei steaks auf ich habe natürlich vergessene timmermutter zu installieren wollte ich ja letztens installieren ja habe es verpennt aber wenigstens weiß ich noch dass ich ihn installieren wollte ja auch schon was jetzt tun wir die blöden setzlinge hier weg so gut ich hoffe die axt macht das überhaupt mit sind doch die setzlinge vom letzten mal glaube ich ich bin einfach gestört worden deswegen habe ich jetzt auch vorhin was rausgeschnitten noch aber naja gut ähm ich muss beim mikro ein bisschen näher machen so gut äh wo waren wir stehen geblieben ach ja holz genau holz 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 wir wollten ein stack glaube ich ne 2 2 wollten wir oder ich wollte wir wollten 2 ich glaube schon so hallo scharf ja geht der e-fix kommt nochmal schnitt 2 ich weiß nämlich nur was ich wollte das ist schlecht ja ich weiß es ist schlecht also ich habe das gefühl es wird gleich wieder dunkel naja nachdem wollen wir nicht so gut äh ja nehmen wir doch den da dann passt es schon hallo scharf ja ich habe nichts zu futtern dabei okay okay gut Haben wir jetzt da mal einen Stack, ey. Kannst doch nichts sein, oder? So, jetzt haben wir ja einen Stack. So. so das deck ist fertig okay dann gehen wir mal zurück 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 nach Hose um das Dach weiter zu bauen springen so und ich hoffe es funktioniert so wie ich das meine ich habe das nämlich noch nicht ausprobiert in der Kopie ich habe da einfach ein Flachdach drüber gezogen aber ich finde das so wenn wir das richtige Dach integrieren sieht glaube ich nicht schlecht aus so okay jetzt sind wir naja ein bisschen da ist noch jetzt komm lauf halt lauf lauf da steht es naja sieht jetzt ein bisschen komisch aus mit dem komischen Dach sieht aus wie wenn wir kein Geld mehr hätten wir haben ja auch kein Holz aber es ist so gewollt obwohl wir auch kein Holz haben aber es ist trotzdem so gewollt so gut ich denke so viel brauchen wir dann nimmer ja das war jetzt einfach fast zu viel aber was wir brauchen sind und ich denke so 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 ich denke so